Ja, das war Hank. Jetzt kommt eine sehr charmante Persönlichkeit. Ein junger Mann aus Pakistan, der noch nicht sehr lange in Deutschland ist. Ein Mann mit einer großen Seele, der Solman Salman. 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 Danke dir. Also, mein Text heißt Angekommen. Bevor ich nach Deutschland kam, habe ich nur vier Dinge über Deutschland gewusst. Erstens, von einer bestimmten Person der jüngeren Geschichte. Zweitens, Rammstein. Drittens, alle in Deutschland sind unhofflich. Viertens, die Deutschen sind immer pünktlich. Also, vor einem Jahr bin ich hier angekommen. Hier, im Land der Deutschen. Im Land der schönen Mädchen. Im Land des Rheins. Aber, hier sind so viele mehr Dinge, woran ich nicht gedacht hatte. Einige gut, andere schlecht. Aber vieles an der Kultur habe ich noch nicht ganz verstanden. Zum Beispiel, wenn ich mit einem deutschen Freund shoppen gehe. Ich probiere ein Hemd, ein Hemd an und ich frage ihn, ob es ihm gefällt. Dann sagt er, vor allen Leuten, das steht Kacke aus. Versteht ihr mein Problem? Also, als ich hierher kam, brachte ich Hoffnungen, aber auch Ängste im Hilfsinn mit. Aber die ersten Tage hier waren nur verwirrend. Ich vermisste meine Familie und Freunde, meine Oma und das abends mit den Freunden abhängen oder zu mich dran gehen. Aber dann habe ich mich oft gefragt. Ich habe Leute kennengelernt und einen sehr guten deutschen Freund gefunden. Ich begann zu verstehen, dass Deutschland mehr ist, als ich vorher gedacht hatte. Durch meine Studie an einer internationalen Uni habe ich interkulturelle Erfahrungen gesammelt. Das hilft mir auch, in der deutschen Kultur besser zu verstehen. Die meisten Leute finden, dass die deutsche Sprache uns sexy ist. Aber es macht es Spaß, deutsch zu lernen. Ich bin jetzt seit einem Jahr hier. Und ich denke, dass die Leute in Deutschland nicht unhofflich sind. Aber andere ist... Also, was ich am meisten an Deutschland mag ist, dass die Leute gegen CO2-Emissionen sind. Gerne Bio essen. Alles recyceln. Und immer Hilfsbreit sind. Und die Leute definieren und beschreiben alles sehr genau. das mag ich bis jetzt habe ich viele leute getroffen und ich finde meine erfahrung in deutschland sehr schön deutschland gefällt mir gut ich bin gut angekommen angekommen ich bin gut angekommen